Juten Tag und Willkommen zum neuen, nächsten Part von Kusaksberg Dua. Wir wurden ja im letzten Part etwas angegriffen, was eigentlich nicht schlimm war. Und wir bauen jetzt hier erstmal eine Fähre. Und 80 Grenadiere. So, eigentlich müssten ja schon mal lang 80 sein. Wenn nicht, nehme ich die hier, ne? Und dann greife ich erstmal hier die Dänen an. Nur mal so zum Ärgern. Viel ausgerichtet hätte ich sowieso auch nicht. Das wusste ich ja. Vielleicht mit drei Schöffen. Hallo. Das gehört sich aber nicht, ne? Ach ja, Timer. Brauche ich nochmal 80 Bogenschützen? Das ist nichts. Mal gucken, ob die was anrichten. Bisschen wie Hansa, aber nicht viel. Bisschen wie Hansa, aber nicht viel. Boah, die stehen hier bei den richtigen. Ja gut, die Bogenschützen, die haben jetzt Richtig viel ausgerichtet Nämlich gar nichts Die sind doch voll gut, ey Nämlich gar nichts Na gut, dann kann ich das vergessen Dann Was hat der Feind? Markt? Äh, ich hab grad beschlossen, 18. Jahrhundert und Machen die nochmal Die riecht da hier gar nichts an Aber, äh, ganze Karte werde ich trotzdem nicht aufdenken Nur mal so zur Info jetzt Äh, schnell, bauern, 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 bauern Oh, gold geht ja weg Bauern, 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 bauern Bauern, 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 bauern Machen wir die mal schnell Jawohl die erstmal Die produziert man ja recht schnell Apropos produzieren Äh, wo steht denn hier da Brauchen ja noch Häuser What the fuck What the fuck Ja, ich weiß Jawohl Ja, ich weiß Ich glaub Da muss ich mal ein bisschen nachrüsten Ich brauche Holz und kann dafür ein bisschen Kohle geben Nee, eigentlich nicht Schlagschiffbau Was wollen die denn jetzt hier Was wollen die denn jetzt hier Das will ich machen? Die machen meine A war Die machen meine A war Schiffbau-Geschwindigkeit Schiffbau-Geschwindigkeit Das sieht doch gut aus Ich war gar nicht wie sehr Ich war nicht Ich kann mich Was sind das für behinderte Vögel, ey? Entschuldigung, ich hab nichts gegen mich behindert, hä? Junge, 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 Stress, Stress, Stress! Sehr schön. Was ist denn mit dem Gold los? Aber ich sehe auch gerade, dass der Part schon wieder vorbei ist, leider. Äh, deshalb guckt einfach mal unten in die Videobeschreibung, dort ist Twitter und Facebook verlinkt. Könnt ihr auch einen Kommentar da lassen. Äh, und wir sehen uns dann im Part morgen. Das ging schnell. Also, bis dann, tschüss. 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 Tschüss.